Mich interessiert auch, was die Partei zum Thema Wehrdienst sagt. Ich werde das auf jeden Fall in einen Ausschuss verweisen lassen, diese Frage. Wir werden konzentriert darüber arbeiten, was da für uns, für unser Volk, für unser Land am besten ist. Wir sind natürlich im Prinzip eine friedfertige Partei. Sobald wir an der Macht sind, werden wir auch die Bundeswehr abschaffen. Damit erledigt sich wahrscheinlich auch die Frage nach dem Wehrdienst, stelle ich gerade fest. Wir sind eigentlich dagegen. Das ist doch das, was uns Sympathien bringt hier, oder?